Komm, wir ziehen uns noch eine rein, Chat. Wir gehen noch in eins rein. Ich brauche noch eins. Tja, liebe Männerwelt da draußen. Also ich denke ja, ein Großteil der Männer mag das ja, wenn Damen so gut dampfte und zarte Haut haben, was meistens impliziert, dass sie rasiert sind oder ein gewisses Maß an Waxing genossen haben. Das tut weh. Das tut sehr doll weh. Und da soll mal einer sagen, und das muss man hier auch mal mit anfühlen, da soll mal einer sagen, dass Frauen einfach nicht so schmerztolerant sind. Also ich sag mal so, nach neun Monaten den biologischen 3D-Drucker anwerfen und das fertige Produkt rauszuschmeißen, ist ja schon pain in the ass. Einmal im Monat richtig schön Krämpfe aus der Unterwelt zu haben, das tut ja richtig schon weh. Und jetzt stelle ich mir an der Stelle, also an der Stelle stelle ich mir immer eine Frage. Man schnippst zum Beispiel einer Dame auf dem Oberarm und dann wird immer Aua gesagt oder man verbrennt sich und sagt Aua. Und da stellt sich mir immer die Frage, warum tut dir das denn jetzt weh und die anderen Sachen werden immer so runtergespielt. Aber als Mann kann ich euch sagen, die Schmerzgrenze und Toleranz von Frauen ist ganz schön, ganz schön hoch. Falls ihr euch mal waxen lassen solltet, da geht die Post ab, meine Damen und Herren. Aber so muss man jetzt auch nicht rumschreien. Also, nö. Hm. Fuck, ich hab gedacht, das wird jetzt so ein richtiger Wind und FN unten durch. Untertitelung Was that hit? Was that hit? Was that hit? Er ist einfach in eine andere Dimension gebiebt worden. Oh oh, das wird nicht gut. Nope. Oh Leute, ist das Multiclass? Was passiert hier? Alter, dass da aber auch keiner langsamer wird, da wird einfach komplett reingehalten. Oh my god. Oh! 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 Das Problem geht over. Wie würde Alex sagen, du, äh, Nils, die Reifen sind kalt. Oh, ist das irgendwie. Oh, was zum. Das ist ein absoluter Wreck. Als die Leiders fliehen. Das war doch gerade mal wirklich Kurve 1, oder? Du, aber mit Style, ne? Mit Style, hier ist noch ein bisschen Flammenwerfer hinten. Das ist definitiv mit Style. Das war ja noch nicht mal Kurve 1. Das war ja noch nicht mal Kurve 1. Das war ja noch nicht mal der Start. Ich habe die Kurve gerade verwechselt. Da hast du ja gar keinen Bock mehr, Alter. Oh, ganz entspannt. Weißt du, was da Premium gewesen wäre? Einfach aus der Box zu starten. Und ich habe das Gefühl, dass die hier irgendwie aus der Box starten. Alter, stell dir mal vor. Stell dir mal wirklich vor, du startest aus der Box, weil du aus Versehen irgendwie deinen Quali verkackt hast. Die rammeln sich alle komplett blöde. Und vor dir sind einfach nur 5 Autos. Und du reißt dich einfach als 6er ein. Wie geil wäre das denn? Ey, das wäre ja wohl bitte Premium. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Huch. Siehst du, letztens hat gerade jemand gesagt, Wir wollen ja nicht, dass die ganzen ACC- oder LFM-Fahrer zu iRacing kommen. Ja, du, hier ist das beste Beispiel. Sieht bei iRacing nicht anders aus, by the way, nicht? Also, es ist wirklich nachher Schnuppe, in welche SIM du gehst. Here we go. Oh, and here comes Craig Spencer. Please stop, Craig. He doesn't stop that there. Safety car is summoned. Because it's the Hyundai side by side. Game Norm is leaning a little bit on Sullivan there. Oh, was ist denn das? TCR? Ja, ne? Ja, TCR. Oh, was ist dahinter passiert? Oh, das ist ein großer, großer Insider. Die Chicken Ops sind raus. Sie sind alle von 7. auf zurück. Das ist ein großer Insider. Jayden, Edmund, Riesgaard, Nick Wood, Ashley Norman. Nooo. Oh, wow. Nooo. Oh. Und da vorne sind sie wieder. Die glorreichen sechs Reiter. Doop, 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 doop. Doop, 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 doop. Right hand version of overracing at Daytona here, but that was the big one. Oh, 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 oh. Braden Martin gets lucky, but that is Nick Wood, Jayden Edmunds, both into the arm code, both bounce back. Oh, no. Nope. Das ist ja auch die geilste Werbung, wie das Auto durchfährt. Poolguys. Poolguys. Complete Poolcare. Das ist ja wohl bitte die beste Werbung, Alter. Poolguys. Das könnte wirklich so ein Need for Speed Intro sein, mit dem Reifen, der so angeflogen kommt. Poolcare. Oh, oh. Mazda. No. No, 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 no. Oh, doch. Ja. What? What? Oh, nein. Hätte er das Ding gefangen, Alter. Nein. Das war ja... Oh, no. Oh, das wäre ja wohl der Move gewesen. Aber auch volles Commitment. Oh, oh. Oh, oh. So ärgerlich. Hätte er ein bisschen gebremst. Oh, oh. Oh, das war das WRC, Adon, ja. Das macht er nicht zum ersten Mal. Könnte man meinen, oder? Der wusste, wie man da rüberkommt. Ja, das ist auf jeden Fall... Hätte der das Ding gestanden? Das wäre auf jeden Fall der Move gewesen. Scheiße, dass der so schräg aufs Curb gekommen ist. Aber dann hätte er bestimmt bestraft. Ob der eine Slowdown gekriegt hat? Ob der eine Slowdown gekriegt hat? Alter, wie geil, ey. Das ist richtig cool. JET! Oh, ärgerlich. Oh. Nee, doch. Hat mich abgeholt. Sag ich, wie es ist. Ich bin nicht gelungen. Oh, ja. Die Zewigle, die Zewigle, die Zewigle. Hm.